Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, 7 Days to Die. Warum sagst du das immer so komisch? Ich weiß nicht, ich find's geil. Hat sich so eingebürgert. 7 Days to Die. Ja, das hat sich so eingebürgert. Ja, eingebürgert, das hört sich an, ey. Demnächst steht das so mit Betonung im Duden. Just saying. Real talk. Real talk. Oh, hier ist ein Schießplatz. Shotgun-Massias, hier haben wir doch bestimmt noch ein bisschen Munition für uns, oder? Auf dem Weg zu dem guten Rack. So, warte mal. Mich fleucht das ungute Gefühl. Kacke. Kacke. Das ungute Gefühl, Kacke. Hol deine Knifte raus, Jasmin. Jetzt wird's wild. Drei, zwei, zwei, Risiko. Oh, der ist mit seiner Schrotflinte, Alter. Das schallt so dermaßen, ey. Der ist halt ne männliche Männerwaffe. Oh, oh, jetzt kommt der Rocker. Der hält immer viel aus. Das würde ich so nicht sehen. Aber die anderen sind, glaube ich, hier noch eingesperrt. Da geht die Tür auf. Oh, hier ist Munition. Oh, fünf Shotgun-Munitions. Oh, was haben wir hier drin, ey? Eine Pistole der Stufe 2. Oh, Mist. Ja. Was für ne Knifte hast du nochmal? Pistole. Äh, Stufe? 2. Ich werde mir den großen Safe knacken. Warum pragst du? Äh, ich hab ne Stufe 2 gefunden. Ja, hab ich ja auch. Ich jetzt auch? Schön für dich. Mhm. Ich habe mich dezent gefreut. Äh, boah. Ich kann hier nicht alles mit... Es geht einfach nicht. Ich bin auch voll. Was hat denn der an Wert? 134. Ich bin auch voll. Alles voll. Mist. So, gut. Das können wir verscherbeln. Aber ich kann hier keine... Äh, können wir hier noch ne Mod reinschmeißen? Wenn wir das... Hier wäre noch was frei. Okay, warte mal. Schmeißen das mal rüber. Nehm... Nehm... Das mit. Äh... Ändern. So. Oh Gott. Hier ist ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Das kippt jetzt um. Ganz alleine. Oh, level up. Ich habe noch ne Kartoffel gefunden. Sehr schön. Katoschka, du. Katoschka. Die war noch gut. Ich bin noch nicht fertig. So. Oh, trübe Wasser. Ich habe jetzt auch mal ein Kochbuch gelernt, ja? Ich hoffe, das ist okay für dich. Äh... Kommst du klar? Ja, ja. Er ist nur ein Biker und... Soldat. Ich will nur mein Fahrrad einmal rausbringen. Ja, ja. Mach mal, mach mal. Komm hier nicht raus mit meinem Fahrrad. Scheiße. Hehehehe. Warte so. Wieso denn das nicht? Ich kann die Tür verbreitern. Ich habe dann ne Mod für. Wenn er mich vorlässt. Versuch mal. Ja, warte. Oh, der hat ein bisschen mehr Power hier. Der Rudel Stahlpoller. Ja, versuch mal. Wunderbar. Ich hatte echt ein bisschen Angst gerade. Bei dir schwebt Essen am Lenkrad. Ja, und bei dir, äh, war trinken. Kann ich nix mitnehmen. Das hier. Achso, ich könnte ja draußen mein Fahrrad auch aufstellen, ne? Schön in der Praglücke. Äh, was können wir denn da reinschmeißen? Kleber, das, 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 das. Okay, Fahrrad ist voll. Bist du hier schon? Äh, ne. Da bin ich noch nicht gewesen, Jasmin. Wir sollten diesen Ort gemeinsam erkunden. Komisch, dass hier keiner ist. Noch nicht. So, hier kannst du deine Schießkünste, äh, unter Beweis stellen. Äh. Das sind ein paar mehr. Wir sollten einmal rausgehen. Äh, orangene Augen. Sie bleibt da einfach stehen, so. Ganz basic. Ich bin ja auf dem Schießplatz. Läuft über die Dicke rüber. Oh, oh, oh. Äh, bist du jetzt noch drinne? Äh, nur im Pumor. Uh, er ist hier reingekommen. Hilfe, Hilfe. Äh, Ne-Set. Äh, Verband. Irgendwas. Ich bin im Kipps. Ich muss laden. Äh, ja, ich auch. Kacke, ey. Ich mach gleich einmal die Tür auf. Okay. Wieso bin ich eigentlich ständig infiziert? Was kann ich da? Eine Strahlungs-Mod? Hilft die mir dagegen? Boah, hier ganz viel Sand hat's. Habe ich Brechsand in der Tasche? Ja. Ja, das habe ich. Ich stehe da neben mir, aber. Oh. Lamm müssen Pferden. Ja, da gibt's nix mehr, ne? Aber hier scheint doch die, doch. Scheint doch die Lampe hin. Boah, hier sind auch noch Zombies. Auf dem Dach. Hier war noch ne Waffentasche. Oh. Oh, der eine springt schon mal runter. Das ist schon mal gut. Ah, da. Ja, genau. Also diese Rocker, die halten mir jetzt so viel aus, ey. Bist du auf dem Dach, oder wo bist du? Also ich hab mir hier auf dem Dach. Ich hab das mal hier geregelt. Ja, okay. Ja, ich hatte hier auch richtig wildes, äh, Aufkommen, ne? Das war schon krass, ja. Ich hab gekämpft wie ein Tier. Ja, ja, genauso viel hatte ich unten auch. Aber hier ist nix, ne? Oh, mein Ohr tut schon mehr weh. Ah, hier ist ja viel hier auf mein... Munition. Äh, kannst du die einstecken? Das 762er. Wo bist du denn? Ach, da. Ach, ich komm, ey. Ich komm. Ich komm ja schon. Kommst du, Jasmin? Ich muss erst mal was futtern hier. Ach ja, gut. Also jetzt weiter zu der Rack. Oh, da gibt's noch ne Garage. Waren wir da schon drinnen? Ne, ne? Wo denn? Hier, da, 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 da. Wir sollten hier einfach auf dem Dach weiterspazieren. Ah, da unten ist auch noch so ein... Oh, hier gibt's Kisten. Das hat sich gerade angehört, als wär's noch eingebrochen. Schade, da hab ich umsonst gelacht. Mist. Du bist aber schadenfroh. Hab den mal gerettet, mal wieder. Hä? Können die hier hoch? Hinter dir war einer. Oh. Dankeschön. Sniper. Äh, pfeiler nicht runter. Bäh. Den grünen hinter dir. Ist hier noch irgendwo einer? Ja. Oh, diese blöden Rocker. Hier sind noch ein paar mehr. Das war's, oder? Oh. Hat's funktioniert? Hast du sie erschossen? Ja, tot. Ich dachte, mir so infiziert bin ich ja eh schon. Boah, ey, meine Ausdauer. Aber ich dachte auch, ich hab nachgeladen. Oh, ach, schrot. Hier ist voll vier Waffen, Dings, ne? Oh. Äh, hier ist noch Munition drin in der großen gesicherten Kiste. Ja, hier ist alles mit Waffen voll. Ja, ja. Oh. Äh, hier sind so einige Sachen, die musst du dir nochmal angucken. Du weißt, wer die Kiste dahin nimmt? Ja, alles. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Also, das, was ich nicht... Ja, kann man ja... Du musst überall nochmal reingucken. Selbstgebautes Maschinengewehr freigeschaltet. Äh... Okay, du kannst scheinbar alles mitnehmen. Ja, weil ich ja alles in mein Fahrrad gepackt hab. Hab ich ja auch. Fahrrad ist voll. Ja, ich lasse ein bisschen was zurück, ne? So. Ich werde mal den Safe knacken. Mal gucken, was der alte Biba so zu geben hat hier. Der Biba. Ja, ich guck jetzt in die Biba-Box. Biba, Biba, Biba. Und wir haben... Ich kann so gut wie nix davon hier brauchen oder mitnehmen. Äh, hauptsächlich mitnehmen. Wir brauchen gar nicht alles. Oh. Wie gesagt, äh, du musst überall nochmal reingucken. Ja. Okay. Hm. Nee, die Rohre, die hier liegen, die kann man abbauen. Die haben Messing. Ja. Äh, das ist mir bewusst. Hm. Hm, 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 hm. Hast du jetzt hier schon überall? Ah, hier haben wir noch Konservendösen. Äh, hier ist auch noch ein Kochbuch. Soll ich das lesen? Willst du das haben? Doch. Mir doch egal. Das sagt so. Und dann schimpft sie mich wieder an, wie wenn ich auf Zombies schieße. Ja. Äh, hier ist auch noch, ähm, oder bist du auch voll? Hier sind noch Schrollflintenteile. Ich bin... mehr als voll hier. Ja, äh, kannst du noch gucken, ob du hier von der Wand was mitnehmen kannst? Oder hier von der Munizierung? Hier ist noch Schroll. Ich kann gar nicht. Wo denn? Äh, hier. Einen weiter. Einmal hier an der Wand sind, äh, zwei, glaube ich. Äh, das hab ich schon. Das hab ich schon. Und hier ist noch Munition. 34 Schrollflinten, Kugeln. Äh, die kann ich mitnehmen. Geil. La, da, 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 da. Ich hatte Kleber... Ah, hab ich im Fahrrad, ne? Jo, jo, jo. Aber was haben wir nur in der Tasche? Einen guten Kadaver. Oh, hier ist bestimmt auch noch gute Sachen drinnen. Abrakadaver. Hallo? Oh nein, sie hat wieder Augen. Sie hat wieder Augen. Wär ja schlimm, wenn nicht. Nee, sie hat doch keine Augen. Hab mich verguckt, hab mich verguckt. Ja, die hat keine Augen. Alles cool. Äh, ja, kann ich auch nicht mitnehmen. Äh, ist das hier Brechssand gewesen? Oh, Holz. Zement. Ja. Gut, dann können wir ja auch weiter zu Rack, ne? Wahnsinn. Müssen nur einmal unsere Fahrräder holen. Oh, Herrgott. Ich hab einen Frosch im Hals. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja, weh. Kommst du klar? Nein, nein. Alles so Rorsch, alles so Rorsch. Schieße einfach. Ja, Mensch, ich muss ja erst mal meine... Jo, schieße einfach. Rette mir mein Leben. Ihr lebt noch. Ja, ihr auch. Ja, ich weiß. Oh, mein, 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 mein. Das war so eine bösartige Überraschung. Schieße einfach. Vor allem, ich hab die Zange. Ich musste eben erst mal umswitchen. Oh. Ich hab, ich hab gedacht, hier ist Loot hinter oder so. Einmal gelbe Augen, da rechnet ja keiner mit. Man kriegt ja noch was Gutes, aber... Jo, geil. Schreierin. Ja, wo bist du? Da. Wo ist die? Bei dir? Nö. Wo ist sie denn? Weiß sie nicht. Wieso krieg ich eigentlich immer so hart aufs Schnauzbrett? Ich habe... Ja. ...einen Clownhammer Stufe 6. Oh. Ich benutze lieber die Nagelpistole. Ach doch. Wo war die denn jetzt? Keine Ahnung. Ich bin an meinem Fahrrad. Oh nein. Verkehrsunfall. Mein Gott. So. Oh, jetzt zum Händler. Ja. So. Verwirrung pur. Oh, es wird neblig. Es ist mir nur dunkel und bewölkt und kackwetter. Oh, so ein scheiß Wetter, du. Da kannst du ja gar nichts sehen. Nur kalt ist hier worden und windig. Selbst mit dem Fahrrad ist die schneller als ich. Ich glaube, ich brauche Motorrad. Wenn ich mit Motorrad fahre oder hier mit der Mopede und du fährst mit dem Fahrrad, sind wir gleich schnell. Oh, dann wollen wir mal gucken. Habe ich noch irgendwas im Bike, was ich im grünen Rack verkaufen will? Ähm. Na, das ist ja jetzt nicht so geil hier. Nö. Ich nehme mal hier diese Molotov-Cocktail mit. Mololol. Ja, wenn ich Platz hätte, ne? Ah, er hat auch keinen Honig. Das ist jetzt natürlich ein bisschen semi-geil. Ja. So kann ich das jetzt schon wieder nicht mitnehmen, weil du drinne bist oder was? Hä? Ich bin nicht drin. Bist du nicht drin? Nein. Wieso kann ich denn das nicht mitnehmen? Bist du voll? Nee, ich habe gerade was gegessen. Wreckt Feeds. Nur kein Honig. Ist das eigentlich... Haben die Automaten immer dasselbe drinne hier von ihnen? Gibt es denn noch einen Automaten? Er hat doch Honig hier. Ja gut, da bist du ja drinne. Weil ich bräuchte wahrscheinlich schon Antibiotika, oder? Ach, na ja. Klar schon, ich. Ach, ich habe ja keinen Platz. Oh, du willst eine Guarantie, hä? Ach so, warte mal. Okay. Ey. Warte mal, ich brauche erstmal Platz. So, jetzt können wir nochmal... Was gibt es denn mit das hier? Oh, Honig. Er hat aber nur ein Honig. Das ist ziemlich teuer. Oh, mein Auge juckt mich da jetzt gerade eben. Ich jetzt gerade eben. Geiles Toll. Oh, unsere Sachen kommen gleich. Baby. Antibiotika hat er auch nicht. Aber Honig? Ja, aber nur einen. Der wird mir nicht mehr reichen, weil ich schon acht Prozent habe. Naja, hättest du ja runtergehen können. Ein bisschen erstmal. Hab ich was? Nee, aber... Oder ich kaufe einen und du kaufst einen. Nee, ich habe den ja schon weggekauft, oder nicht? Weiß ich nicht, kann ich den nicht nochmal kaufen? Ja, ja, hält die Klappe, ey. Ja, fucker. Ja, fucker. Ich kann ja schon mal eine Aufgabe zumindest annehmen. Ach, das ist ja doof. Dass der weggekauft werden kann. Ja, der war ein begrenztes Angebot, der Gute, ne? Oh, ich muss aufs Klo. Wo ist mein Fahrrad da? Wollen wir... Noch erstmal nach Hause die Taschen leer machen, weil wir können doch sowieso nichts mitnehmen. Ja. Weil die andere fest von mir ist gleich hier vorne. Nee, ich möchte jetzt erstmal... Aua! Aaaa! Aaaa! Ein Unfall! Oh, ich hänge fest irgendwo. Oh, die Polizei! Schon mal so'n krassen Verkehrsunfall mit nem Fahrrad gesehen? Nee, den hab ich auch noch nicht gehabt. Der eine bockt sich auf, der andere der... ...schwer verletzt. Ich hab keine Ausdauer. Hm... Wie viel steht denn bei deiner Ausdauer hinten? 151. Ja, siehste, ich hab 157. Ja gut, ich bin infiziert, ne? Ach so. Fahr schon mal vor, ne? Du kannst ja schon mal warm Wasser einlassen, ja? Ich bin gleich da. Nach so einer Radtour durch den Regen, da mag ich ein warmes Bad haben. In der Badewanne. Badewanne. Kann schon mal warmes Wasser in die Badewanne einlassen. Und einen heißen Tee aufsetzen. So, da werde ich mal einmal alles wegsortieren. Cool. Kann ich jetzt noch hier den Rest einpacken? Wär schon geil. Nee, geht so nicht. Aber so geht's. Okay. Kann eigentlich draußen stehen bleiben. Ich möchte tatsächlich... So, mal die Klappe halten. Genau. Dieses scheiß Gesabbel von mir geht mir auf die Nüsse. Wie lange spielen wir jetzt schon? Nicht, dass wir wieder so lange machen? Nee, nee, erst 24. Schießt du jetzt eigentlich mit dem Maschinengewehr? Ab und an, ja. Weil? Äh, nur so. Weil ich hab mir jetzt auch mal ein Maschinengewehr gegönnt. Was ich mitnehme, weil die Schrotflinte, da krieg ich immer auf den Sack mit. Die kann ich noch für den Blutmond verwenden. So, das. Das. Äh. Äh. Ja, cool. Da kann ich wieder aufstocken eigentlich. Äh. 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 Ich kann mal trübes Wasser aufsetzen und zu sauberem Wasser verwenden. Äh. Verwerfen. Kannst du? Wird ja kein Swarm an. Ja. So, eine Minute dreißig dauert unser Produktionsprozess für sauberes Wasser, welches trinkbar und genießbar ist. Äh. Ich werde das mal in Gang setzen. Äh. Ja, aufgebraucht. Bei den Samen kommt die rein, ne? Ja, hab ich, hab ich schon wieder drin. Bei Stein, ne? Bei was? Stein. Weil du ja die Pilze immer auf Stein machst. Bei Stein? Mh? Mh? Jetzt nochmal der... Falsche Kiste. Äh. Lalalalalalalalalalalalalala. Lalalalalala. Da. Jetzt ein bisschen leicht rein. Hier haben wir nochmal ein bisschen Blechssand. Äh. Pflaster, Steine, Rhinos und ein bisschen Stein. Eins an der Zahl. Äh. Das kann man wegsortieren. Ich weiß ja, vier Chetons, ey. Chetons. Chetons. Jigga. Ich habe richtig viele Chetons. Jigga. Äh. Womit habe ich das verdient? Was? Du musst in deinem letzten Leben ein Engel gewesen sein. Ach, Mensch. Ja, Mensch. Kann ich die denn raufbauen? Fliegen. Falschen. Äh. Den würde ich gerne... Oh, ich hoffe, die sieht den nicht, ey. So. Bin ich missgünstig, aber ich habe was vor. So, das wäre auch schon mal schick hier drinne. Ach, Mensch. Ich vergesse mal das jetzt hier. Du musst unbedingt lernen, Antibiotika herzustellen. Wir haben so viele Shamway-Sandwiches. Ach, ich habe auch noch Gammelfleisch hier in der Tasche. So, damit wäre ich wieder für eine weitere Tour bereit. Einschmetzen, einschmetzen. Das kommt in die Kiste. Hm, 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 hm. Ähm. Puh, 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 puh. Ähm. Ja. Ja. Dieses, ähm, die Molotow-Dingsbums da, ne? Die packe ich bei den Munitionen mit rein. Hm, ja. Nehme ich die hier mal raus. Macht ja auch Sinn. So. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich da mein Zement kriege. Ah, jetzt habe ich diese blöde Mod schon wieder. Ja, willst du hier ne Dings-Mod für deine Pfeile da, so ne Stoff-Mod? Ne. Ich glaube, ich kann meinen Bogen nicht weiter modifizieren. Was ist denn Gitter jetzt gemacht? Hm? War schon länger das Gitter da bei dem Loch. So unten. Hä? Da, wo die Luten, äh, unten die Zombies sind. Da ist doch ein Gitter jetzt um, an der einen Seite. Ja. Hast du das erst rumgemacht, oder was? Äh, ne, das war noch vor dem zweiten Blutmond. Okay, habe ich nicht gesehen. Naja, die sind ja ganz dezent, ne? Kleinigkeiten, ja. So, Kleinigkeiten. Hm, Fett weg, ja. Fett weg. So, ja, meinetwegen können wir nochmal auf Streife gehen. Ist ja noch tagsüber, das dauert ja auch noch. Aber ich würde gerne meinen Brechsand erst einmal fertig haben, damit ich schon mal Beton wiederherstellen kann. Für nachts. Aber das wird einen Moment dauern. Ich hab mal eine Hälfte machen sollen. Ach, Mensch, ich muss ja mein Fahrrad noch ausräumen. Hat ja ganz vergessen. Du kriegst ja Ohrensausen hier im Betongeschad. Neunhundertundneunundneunzig. Äh, ich geh einfach mal so ein bisschen was weg hier. Und dann, äh. Und wieder raus da. Oh mein Gott! Dieser Ohrwurm. Äh, muss ich noch was mitnehmen für unterwegs? Ich habe Reparatur-Kids. Hab ich nicht. Äh, die hab ich mit ausgefuckt. Dann rufe. Du bist infiziert. Nimm Antibiotika, um die Symptome zu vermindern. Hä, wir haben doch Antibiotika. Aber ich will nur Honig. Ich habe ja kaum Infektion. So. Wir hatten noch Honig. Honey. So. Ähm. Äh, I want to ride my bicycle. And I will walk five hundred miles and I will walk. Wo bist du jetzt? Äh, draußen. Also die Treppe muss ich sagen, die hat echt viel Material gefressen. Aber, auch das mit der Lücke scheint zu funktionieren. Hin und wieder haben sie hier zwar nochmal reingeschlagen, aber das hielt sich echt in Grenzen. Die haben jetzt nichts großartig kaputt gegangen. Ja gut, hier, aber das ist ja wieder. Da waren die halt auf Agro, ne? Aber das haben die in Ruhe gelassen, oder? So weit. Hier auch. Die Seite. Hm. Trotzdem gehen die immer hier noch an die Seite ran, hier. Äh, Straße ist hier vorne, ja? Hm. Aber warum? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Man könnte hier rein theoretisch so eine einer Blockreihe rumsetzen, damit die so ein bisschen aufgehalten sind und immer hopsen müssen. Wollen die da immer rüber hopsen. Aber dann sehen die das vielleicht wieder als Hindernis. Nee, nee, wir lassen das. So. Wo wolltest du jetzt hin? Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine Quest. Holen uns nochmal ein bisschen... Was ist da drüben passiert? Ich hab ein Huhn erschossen. Ah, okay. Äh, holen uns nochmal ein bisschen Material. Vielleicht auch ein bisschen Stein und so gleich auf dem Rückweg mitnehmen. Und dann dürfte es ja schon wieder Nacht sein. Dann wäre ja wieder Bau-Fahrt. Wo wolltest du jetzt hin? Hm. Kannst du meine Quest nicht sehen in 493 Metern Entfernung? Nee. Hm, okay. Aber ich würde sagen, wir gehen morgen da los. Ihr seid wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Schalt gerne wieder ein. Bis morgen. Macht's gut. Tschaui. Tschüss.